Ich sage immer so, es gibt keine blöden Fragen, sondern nur blöde Antworten. Es ist auch okay, mal eine Frage zu stellen, die dann dem Antwortenden so ein leichtes innerliches Seufzen abverlangen. Die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, die habe ich schon auch nachgearbeitet und sogar manchmal auch vorgearbeitet. Ja, ein bisschen streberhaft fast. Ich weiß noch, mein erstes Gehalt, ich hatte ein Stipendium, also kein Gehalt, aber Stipendium, was ich bekommen habe, als ich Doktorand war. Und ich so dachte, Wahnsinn, die geben mir Geld, dass ich interessante Sachen lesen kann und mich mit Fragen beschäftigen kann, die mich interessieren. Ich habe wirklich lange überlegt, in welchen Fitnessclub ich mich anmelde und habe einen gewählt, der so überteuert ist, dass die Gefahr, dass ich Studierende in der Sauna treffe, verhältnismäßig niedrig ist. Hallo, mein Name ist Thomas Hähnle, ich bin Professor für Lebensmittelchemie an der TU Dresden. Wir beschäftigen uns mit der Zusammensetzung der Qualität von Lebensmitteln. Mein Name ist Anja Besand und ich habe an der TU Dresden die Professur für Didaktik der politischen Bildung und bin gleichzeitig auch die Direktorin der John Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Ich bin Simon Mayer-Vieracker und ich bin Professor für Angewandte Linguistik am Institut für Germanistik und Medienkulturen. Mein Name ist Rolf Körber und ich bilde Lehrerinnen und Lehrer aus an der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Philipp Kansker und ich bin Professor für klinische Psychologie und behaviorale Neurowissenschaft. Ich heiße Niko Raschke, ich bin Professorin für geografische Bildung hier an der TU Dresden. Mein Name ist Christian Petzold-Pühhain, ich habe die Professur für virtuelle Produktentwicklung an der Fakultät für Maschinenwesen. Wolltest du als Kind schon Professorin werden? Nein, ich hatte keine Ahnung, dass diese Möglichkeit besteht. Ich kannte Professor Quack aus Entenhausen oder so, wie der hieß, aber sonst ich hatte keine Ahnung von Wissenschaft irgendwie. Als Kind wollte ich mal Förster werden, dann auch mal Tierarzt, später Journalist. Ich wollte als Kind Fußballspieler werden oder Raumfahrer. Mein erster mir bekannter Berufswunsch als Kind, und das war zu Grundschulzeiten, war, dass ich Pfarrer werden wollte, weil ich fand es toll, dass dann alle mir zuhören müssen und ich darf kluge Dinge sagen. Nun ist das mit dem Professor natürlich ein bisschen ähnlich. Hattest du auf deinem Weg zur Professur auch mal Zweifel? Also es ist ja die Frage, Zweifel woran? Ich hatte Zweifel daran, dass ich Professor werden könnte. Dass ich da gut genug bin oder dass ich das alles hinkriege, da habe ich dauernd gezweifelt daran. Und tue es manchmal auch immer noch. Ich glaube dadurch, dass ich es wirklich erst zu spät als Ziel für mich gesehen habe, war ich mir dann schon ziemlich sicher, dass das alles gut klappen würde. Und da gab es nicht mehr so viele Zweifel. Vielleicht eher vorher, dass man sich das überhaupt nicht zutraut. Man geht diesen langen Weg und ich habe da permanent gezweifelt. Also bis zum Tag vor der Berufung, würde ich sagen, war ich mir nicht sicher, ob ich nicht aufs völlig falsche Pferd gesetzt habe. Ich glaube, wer wirklich ohne Zweifel durch das Studium durchgeht, der sollte mal ein bisschen an sich selber arbeiten. Forschung, Lehre oder Konferenzen? Welcher Teil deiner Arbeit als Wissenschaftlerin macht dir eigentlich am meisten Spaß? Forschung. Aber vielleicht in der Kombination mit der Lehre. Ich mag das gerne, wenn ich das verbinden kann. Forschung und Lehre ist auf jeden Fall gut ausgewogen. Das eine bedingt das andere. Das, was wir in der Forschung machen, macht Spaß, dann auch die Lehre mit reinzubringen. Aus der Lehre kommen doch mal wieder ganz interessante Impulse. Ich denke, das eine geht nicht ohne das andere. Du hast aber noch einen wichtigen Punkt vergessen, nämlich das, was man als Outreach, als Transfer bezeichnet. Wir haben da beispielsweise eine Brauerei gegründet. Konferenzen sind toll, weil man mit Kolleginnen und Kollegen in den Austausch kommt. Aber ein ganz großer Teil ist halt Management, Drittmittel besorgen, Menschen führen. Und eine Sache fehlt auch noch in der Aufstellung, nämlich die Wissenschaftskommunikation. Ich habe ja einen TikTok-Kanal, für den ich recht viel Zeit investiere, um meine Wissenschaft und überhaupt Wissenschaft auch an junge Leute zu vermitteln. Und das macht mir auch besonderen Spaß. Hast du denn überhaupt noch Zeit für deine eigene Forschung? Die muss man sich tatsächlich nehmen, die muss man sich tatsächlich immer wieder erarbeiten. Sonst könnte ich den Job gar nicht machen, sonst könnte ich auch gar nicht die Arbeitsbelastung aushalten. Also das Schöne an dem Beruf der Wissenschaftlerin ist ja schon, dass man zwar nie frei hat. Vorlesungsfreie Zeit heißt ja nicht, dass man nicht arbeitet, aber dass man schon so Rhythmuswechsel in der Arbeit hat. Also von Phasen, in denen man terminlich viel gebunden ist, weil man Lehrveranstaltungen hat, zu Phasen, in denen die Termine in der Hinsicht zumindest so ein bisschen nachlassen und man mehr am Schreibtisch arbeiten kann. Und das finde ich schon auch sehr gut. ProfessorInnen interessieren sich eigentlich gar nicht für Ihre Studierenden, oder? Nee, das ist Quatsch. Also wodurch der Eindruck vielleicht manchmal entstehen kann, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Fülle an Aufgaben, die man hat, die mit dem Abwicklungsreichtum einhergehen, was ja schön ist, das führt dann schon auch manchmal dazu, dass man an die Belastungsgrenze kommt und dass das dann so wirkt, wie man bügelt jetzt eine Frage mal schnell ab. Ich lerne ja selbst ganz viel von unseren Studierenden. Wir arbeiten ja auch viel mit unseren Studierenden zusammen. Wir arbeiten natürlich besonders eng mit studentischen Hilfskräften. Wir haben Projekte. Wir haben ganz spannenden Austausch in den Abschlussarbeiten. Also ProfessorInnen sind auch ganz unterschiedliche Menschen. Und es gibt bestimmt welche, die lieber forschen als lernen. Aber ich würde schon sagen, dass so im Gros uns die Studierenden ziemlich am Herzen liegen. Und wir wollen auch geliebt werden und von wem sonst, außer von den Studierenden. Und mehr von Studierenden, die zu spät in die Vorlesung kommen? Ja, die nerven. Nö, weil ich manchmal die Tür einfach zusperre. Nö, nicht eigentlich, weil wer zu spät kommt, muss halt dann die paar Minuten, die er nicht da war, irgendwie anderweitig nachholen. In der Vorlesung, finde ich, geht es noch. Aber in den Seminaren und vor allen Dingen in Projektseminaren, da ist es schon dann störend, weil dann den Leuten ja auch der Vorlauf fehlt. Ja, das ist anstrengend, weil sie halt einfach nicht nur den Redefluss unterbrechen, sondern weil sie auch die Aufmerksamkeit mitnehmen von den Studierenden. Das kann ein bisschen anstrengend sein und also jeder von uns ist ja ein Mensch und es gibt so Momente, wenn ich irgendwie nicht gut drauf bin, wo ich das so wie persönlich nehme. Warum kommt die zu meiner Vorlesung jetzt so später? Dann löst das was aus. Aber eigentlich, es hat ja in der Regel nichts mit mir zu tun, sondern mit dem Bus oder womit auch immer. Wir sind eine Universität mit teilweise weiten Campuswegen und dass dann mal jemand etwas später kommt oder früher gehen muss, das muss man aushalten. Das muss man auch als Lehrender aushalten. Mich stört es dann, wenn sie dann noch groß Aufhebens machen und sich vielfach und lautstark entschuldigen, einfach reinkommen, hinsetzen und gut ist. Es gibt meistens Eingänge, die hinten sind und es ist schlau, hinten reinzugehen, weil man dann einfach weniger Krawall macht. Also das fände ich irgendwie so ein bisschen wertschätzend der Veranstaltung gegenüber. Und wie sehr nerven dich blöde Fragen von Studierenden? Ich sage immer so, es gibt keine blöden Fragen. Es gibt ja eigentlich keine blöden Fragen. Eigentlich gibt es keine blöden Fragen. Wenn überhaupt etwas ein bisschen anstrengend ist, dann sind es die Fragen, die in der gleichen Lehrveranstaltung schon mehrfach beantwortet wurden oder die irgendwo längst bereitstehen. Auf was man sich schon einstellen muss, also ich bin ja jetzt 15 Jahre an der TU Dresden, ist, dass man im Prinzip eine Aufgabe übernommen hat, die immer wieder von vorne anfängt. Also jeden Winter kommen Erstsemesterstudierende und von daher ist man schon immer wieder auch mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert. Es ist auch okay, mal eine Frage zu stellen, die dann dem Antwortenden so ein leichtes Säufzen, so ein leichtes innerliches Säufzen abverlangen. Also es ist schon okay. Das ist Teil unseres Jobs. Hast du während deiner Studienzeit eigentlich immer alle Vorlesungen nachbereitet und die Pflichtliteratur gelesen? Natürlich. Nee. Nein. Nö. Nee, ich glaube nicht. Aber die Studienbedingungen zu meiner Zeit waren wirklich ganz andere als die Studienbedingungen, mit denen Studierende heute konfrontiert sind. Und wir hatten auch so Veranstaltungen, wo einfach gut diskutiert wurde dann über Literatur. Dann habe ich das schon auch gern gelesen. Die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, die habe ich schon auch nachgearbeitet und sogar manchmal auch vorgearbeitet. Ja, ein bisschen streberhaft fast. Aber naja, ja. Was braucht man, um Prof zu werden? Hochbegabung, Durchsetzungswillen oder noch was anderes? Ich glaube, man braucht Geduld. Das ist ganz wichtig. Hochbegabung ist sicherlich unglaublich nützlich, wenn man sie hat. Aber das sind ja nur zwei Prozent der Bevölkerung. Also da muss man sehen, ob man dazugehört oder nicht. Und man braucht vor allem Kreativität. Ja, es gibt ja diesen Spruch 90 Prozent Transpiration, also Fleiß, wenn du so willst. Zehn Prozent Talent. Aber ich denke, es kommt noch ganz, ganz viel weiteres dazu, nämlich Glück. Langen Atem und eine gewisse Frustrationstoleranz. Ich denke, man braucht viel Lust an dem Thema. Also weil, wenn man Spaß an dem Thema hat und Interesse an dem Thema, dann fallen die anderen Dinge so ein bisschen into place. Und eine gewisse Portion Selbstdisziplin ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Versteckst du dich eigentlich, wenn du einem Studierenden in der Freizeit begegnest? Nö. Also warum sollte ich mich verstecken? Also ich hoffe, meine Vorlesungen und Übungen und Bewertungen und so weiter sind so, dass ich keine Angst vor Schlägen haben muss. Das liegt vielleicht auch an der langen Corona-Zeit und so weiter. Ich bin manchmal nicht so sicher, wer alles die Studierenden sind, also ob ich sie erkennen würde. Wenn ich sie erkenne, freue ich mich, grüße ich auch. Ich treffe manchmal in der Stadt Studierende, manchmal in ungewöhnlichen Konstellationen, also in ihren Berufen zum Beispiel, die sie als Nebenjobs machen. Ich begegne auch, was mich besonders freut, manchmal Studierenden bei Demonstrationen gegen Rechts zum Beispiel. Ich habe wirklich lange überlegt, in welchen Fitnessclub ich mich anmelde und habe einen gewählt, der so überteuert ist. Dass die Gefahr, dass ich Studierende in der Sauna treffe, verhältnismäßig niedrig ist. Das war es mit dieser Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viele der Protagonistinnen heute waren auch schon in anderen Videos auf unserem Kanal zu sehen. Die findet ihr über das i. Und in der Endcard gibt es jetzt noch die letzte Folge der Sitzgelegenheit mit SchauspielerInnen von die Bühne. Und darunter eine Folge von Auf Arbeit mit, mit Professor Andres Lasani.